Musik Ich habe den Spargel schon vereinzelt, probiert es natürlich wahnsinnig so einen eigenen Spargel zu haben. Es ist, letztes Jahr durfte ich einen ganz tollen Spargel probieren. Von hier, der war, was soll ich sagen, einer der besten Spargel, die ich je gegessen habe. Also wenn der Spargel jetzt anfängt, esse ich so einen Monat lang Spargel, weil ich es halt liebe. Ich bin da so mit Hollandaise, mit Butter, mit allem, mal ein Schnitzelchen dazu. Ich bin großer Spargelfan und es ist wirklich ein Wahnsinnspargel. Es ist schon Angeberei, seinen eigenen Spargel auf dem Hof gut hier zu essen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020